Ich möchte mich heute mit dir über ein Thema unterhalten, das, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen zurückwirft. Und zwar ist es, dass wir oft gegen uns selbst spielen. Und mit gegen uns selbst spielen meine ich die Lügen, die wir uns selbst erzählen, die Lügen, die uns vielleicht andere weismachen wollen über uns, über unseren Charakter, über unsere Lebensweise. Und tatsächlich sind das ganz, ganz wichtige Themen, die du auf jeden Fall angehen musst. Denn wenn du irgendwie immer dich wie im Kreis drehst, also du hast ein Problem. Du hast Zweifel, Selbstzweifel, ganz, ganz tief verwurzelte Wunden aus deiner Vergangenheit. Vielleicht hat es auch mit deinem inneren Teenager zu tun, den du bisher noch nicht so richtig zähmen konntest oder der einfach viel zu brav ist. Also ganz, ganz viele Menschen kennen ja das innere Kind. Aber ein Anteil, der viel, viel markanter und wichtiger an uns ist, das ist tatsächlich der innere Teenager. Und all dieses, ich sage mal, Nichtwissen oder Nichtahnen darüber, das kann tatsächlich zu dauerhafter Erschöpfung, Ermüdung, Ausgelaugtsein führen. Also es ist wirklich so, als würdest du deine Probleme, deine Zweifel immer wieder mit einem Boomerang irgendwo wegwerfen. Und du bekommst ihn dann wieder auf den Kopf, weil du meinst, hey, ich bin's jetzt los. Ich habe diesen Stock, dieses Problem jetzt einfach weggeworfen. Aber du läufst dann ein paar Schritte und kriegst dann wieder einen auf den Kopf. Und dieses ständige Zurückkommen deiner Probleme, Situationen, vielleicht sogar Konflikten mit dir selbst, die du so hast, das kann dauerhaft tatsächlich zu einem Problem werden. Und vielleicht suchst du ja auch schon akribisch nach einer neuen Lösung, nach irgendetwas, ja, dass du vielleicht noch nicht gesehen hast. Du denkst jetzt, okay, also meine Energielosigkeit, meine Überforderung, die kommt von irgendeiner Situation. Sie kommt, sagen wir mal, von A. Aber das ist dann ein blinder Fleck, denn du glaubst, du hast identifiziert, wovon es kommt und tust es dann vielleicht auch so ab. Aber tatsächlich kommt es von etwas ganz, ganz anderem, von B. Und das nenne ich dann, das nennen wir dann einen blinden Fleck. Und diese blinden Flecken, die sind ganz, ganz gefährlich. Denn wenn wir uns jetzt irgendwie einschießen auf irgendetwas und meinen, dass wir das jetzt dadurch lösen können, dann drehen wir uns auch wieder im Kreis. Dann ist es auch wieder so, dass dieser Boomerang immer wieder auf uns zurückkommt und uns gegen den Kopf schlägt. Und wir jedes Mal denken, oh nee, jetzt geht das alles wieder von vorne los. Das Gute ist, dass uns diese Erschöpfung, diese Müdigkeit, teilweise auch, ich sag mal, schlimme mentale Herausforderungen, vielleicht auch depressive Verstimmungen, die wollen uns eigentlich nur schützen. Also natürlich schützen sie uns auch nur, wenn wir erkennen, okay, da ist jetzt etwas, da muss ich dran arbeiten, da bin ich gefordert. Und ich bitte dich jetzt einfach mal für dich die Frage zu beantworten, was ist denn der wahre Grund für dein Problem? Also denk bitte mal drüber nach in einer ruhigen Minute. Nimm dir da die Zeit und sei ganz, ganz ehrlich zu dir, also wirklich 100% ehrlich. Was ist der wahre Grund für deine Überforderung? Was ist der wahre Grund für deine Müdigkeit? Was ist der wahre Grund für deine dauernde Erschöpfung? Was ist der wahre Grund für deine Angst, für deine Ängste? Was steckt da dahinter? Und wenn du dir diese Zeit nimmst und da mal wirklich ganz, ganz ehrlich bist, also das kann auch wehtun, das darf auch wehtun, wirst du diese Wunden heilen können. Und vielleicht hast du auch ab und an das Gefühl, dass du nicht genug bist, dass du für andere irgendwie funktionieren musst, dass du für andere toll sein musst. Dadurch vergleichst du dich natürlich mit vielleicht, ja, Nachbarn, mit Menschen auf Social Media, mit allem Möglichen und hast natürlich dadurch durch diese Vergleiche und durch diesen verzerrten Blick, den du da auch hast, weil deine Perspektive natürlich jetzt nur noch ausgerichtet ist auf, ich bin nicht gut genug, ich bin schlecht. Ja, dadurch fokussierst du dich natürlich auf Dinge, die für dich nicht förderlich sind. Und da musst du wieder in deine Kraft kommen. Da musst du wieder in deine Macht kommen. Und es ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen, dass das geht. Also es ist nicht so eine Sache, die jetzt hoffnungslos verloren ist, auch wenn du mal depressiv verstimmt bist, wenn du irgendwelche anderen Schwierigkeiten im mentalen Bereich hast, im psychischen, heißt es nicht, dass das in Stein gemeißelt ist und für immer so ist. Du kannst es tatsächlich verändern. Aber du musst natürlich bereit sein, auch die Schritte dafür zu gehen. Und dieses kräftezehrende Szenario, dass du nicht genug bist, das musst du auf jeden Fall loswerden. Denn frag dich hier auch nochmal eine andere Frage. Also wenn du mutlos bist, wenn du dich selbst, wenn du dir selbst nicht genug bist und denkst, dass du für andere auch nicht genug bist, dann kommt es meistens aus einem Selbstzweifel, aus einer Unfähigkeit, dich selbst anzunehmen und dich selbst zu lieben. Und wenn du dich natürlich selbst gar nicht so leiden kannst oder aus irgendeinem Grund dich selbst nicht umarmen kannst, dann musst du dir natürlich auch natürlich auch die Frage stellen, ja, wie willst du denn da anderen für andere da sein und anderen Energie geben? Wie willst du dir denn selbst Energie geben, wenn du das vernachlässigst an dir? Also ganz, ganz wichtig, mehr in deinen Lichtanteilen zu sein, die Schattenanteile eines Zweiflers, dieses Schatzkerns hinter dir zu lassen und deine wahren Wesensanteile so anzunehmen, wie sie sind und mit ihnen aber zu arbeiten und mit ihnen zu wachsen. Das heißt immer mehr den Fokus auf die Lichtanteile, nicht auf die Schatten. Es gibt natürlich Situationen, es gibt Schatzkerne, da ist vielleicht, ja, der Schatten in einem besonderen, in einem bestimmten Moment genau das Richtige, den man sich dann nimmt für einen gewissen Zeitraum und dann aber auch wieder ins Licht geht. Aber dazu musst du natürlich erstmal deine Wesensanteile, deine Wesenskerne kennen und schau dich sehr, sehr gerne hier auf meinem Kanal um. Ich habe einige Playlisten dazu. Ich verlinke dir gleich mal hier unten eine. Da gibt es ein Video über die Schatzkerne, wie sie entstanden sind und was es genau ist. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao, ciao!